Danke. Feeling gut. Gremsbeläge hinten. Komplett unten. Kommen wir mal, was das wird. Alles gut, danke. Super. Danke. Wir haben jetzt die ganze Zeit gefilmt gehabt, bzw. der Kollege hat ein paar Fotos geschossen. Sehr viel geschoben. Und jetzt ballern wir Wurzelpassage Richtung Geisberg mal durch. Genau. Und jetzt geht's auf dem Boot. Und jetzt geht's. Und jetzt geht's. Und jetzt geht's. der glatt war ganz in lust der einste stein was ist denn hier los? ich war eben irgendwie verwirrt lustig ist vorhin als wir oben waren ist mir erst aufgefallen dass meine bremsbeläge komplett unten sind, fast auf dem metall sind aber es ging jetzt noch für die labs, ungewohnt dass die gopro wieder vor meinem gesicht hängt aber geht klar so 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 eigentlich wollte ich auch Käste sammeln in US-Kastanien, aber an den Locations wo wir waren waren keine und jetzt würde ich eigentlich lieber heim, ein bisschen chillen noch, noch ein bisschen chillen, duschen falls irgendein ungewöhnliches geklackert da ist bei den Bremsbelägen hinten ist die Dings draußen diese Sicherung die die quasi erstens auseinander hält und zweitens wie wenig Bremsbelag du hast einfach weil die verbogen war durch eine gewisse Person habe ich sie komplett rausgemacht weil es nicht mehr zurückgewogen bekommen ist und dann hat es die ganze zeit in die Bremscheibe reingegriffen eigentlich habe ich Bock auf die rechte, aber ich bin jetzt lange die linke nicht mehr gefahren so viel Spaß so 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 Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020